So, da sind wir wieder, würde ich sagen. Jawohl. Ich habe schon zwei Kills und nebenbei werde ich wieder essen. Ah, da ist nichts, da ist keiner. Und bei mir nicht wundern, dass es... Kann jetzt ein bisschen ruckeln, weil ich renne nebenher an meinen neuen Folgen. Sonst gibt es da keine... Oh, da ist jemand weggekillt, snipet worden. Jetzt muss ich aufpassen. Mann, nicht mehr gekommen. Verdammt. Scheiße. Ich habe auch nicht mehr so viel Munition. Ah, ich bin jetzt... Ich falle schon wieder. Nein. Ich glaube, das war es sogar 2, Mann. Keine Ahnung, sie sind... Da ist schon wieder jetzt da einer runtergefallen. Nein, jetzt bin ich runtergefallen. Runterfallen ist scheiße. Ach, nee. Verdammt, er hat sich teleportiert. Ach, verdammt. Ich komme mit dem Mip noch nicht klar. Nein, ich finde die gar nicht mal so schlecht. Ich will aber nebenbei essen, das ist das Problem. Nein, ich gehe mal wieder zurück. Wow, kann ich hochspringen. Verdammt, er ist das. Oh, ich auch, lol. Lol, wie geil. Das ist ja cool. Ach, verdammt. Da sehe ich einen und zack, bin ich tot, ey. Das ist doch scheiße. Kevin hat mich abgeknallt. Naja, Rang 4 immerhin. Das geht. You killed Alex. Oh, danke. Double Bonus. Woo. Fuck. Ah, da ist einer. Irgend so ein... Ey, du... Ha! Ich habe Harvey gekillt. Wen, echt? Ich laufe ja auch voll auf offener Fläche. Das ist richtig scheiße. Alter, können die hochspringen, ey. Ja, ich kann auch hochspringen. Ja, aber das ist voll scheiße, die zu treffen, ey. Ach so. Kevin getötet. Ich treffe den Bastard nicht. Okay, da ist nix. You killed Alex. Ja, so schön. Ach, Kevin hat mich gekillt. Oh Gott. Wo? Da war der... Oh, Alex, der Wichser. Alter, schon wieder Alex. Okay, der will Rache. Ey, Alex, jetzt dreimal hintereinander, ey. Das gibt's doch gar nicht. Wie soll ich mich denn da wehren? Wo ist der gerade? Ja, Alex. Revenge. Revenge. Da ist einer. Mist. Oh. Gerade wenn ich dich killen will, wirst du gekillt, ey. Das ist doch scheiße. Jetzt bin ich wieder an meiner geilen Stelle, aber ich werde erstmal jetzt in mein Essen beißen. Nein, und schon wieder Alex. Okay, Alex ist mal voll scheiße. Alex, wenn du das Video sehnst, solltest. Du bist scheiße. Ah ja, das gibt's doch gar nicht, ey. Ich muss mehr in Bewegung bleiben. Ich seh schon. Ich hab ehrlich die perfekte Stelle. Alex. Okay. Hab ich jetzt Alex gekillt? Nee, ne? Boah, hab ich schon wieder abgeballert, ey. Ich weiß nicht von wo. Ach, von da. Hab der das denn jetzt gemacht? Kommt der mir da jetzt gleich um die Ecke, oder was? Wo ist denn der langgelaufen? Das ist ne gute Frage. Hey, da gibt's ne andere Waffe. Stirb! Kartoffel, bitte nicht. Nee, heute nicht, ja. Hey, ich hab jetzt ne andere Waffe. Wo sind denn die alle hin auf einmal, ey? Oh mein Gott. Oh, das ist... Oh. Die Waffe gibt's nur einmal. Aber die ist ziemlich fett dafür. Okay. Der komische Raketenwerfer. Hm. Hab ich gestern auch benutzt. Hab ich ihn ins leere Geschoss und Tuffe gekillt. Fand ich lustig. Ha! Headshot! Killt Alex! Ja. Nicht auf den Kopf gezielt, aber ein Headshot. Nicht schlecht. Ich zieh immer auf den Kopf. Ha! Kevin! Verdammt, ich will mein Essen beißen. Das ist das Problem. Ich bin verleitet zwischen Spielen und mein Essen beißen. Okay. Wo ist denn der? Mist. Ah, das war so klar. So ein Gay hier, ey. Hey, du bist gestorben. So, nein. So. Jetzt wird erstmal in mein Essen gebissen. Dann beiß man in dein Essen jetzt. Ach, gibt's doch gar nicht. Wer immer du bist, stirb. Ach, auch wieder Kevin, ey. Wie ich euch alle hasse, ey. Ganz dolle. Äh. Ah, schon wieder. Scheiße, der Typ knallt mich gleich ab, glaube ich. Ey, den... Ach, das gibt's net, ey. Ey, wo der alles hinspringt, Mann. Nein! Wie übel. Mies, jetzt bin ich irgendwo. Ich will wieder an meinen Dings da. Die Map ist scheiße. Ich will wieder da hoch. Ah, wo bin ich denn jetzt schon wieder? Ach, das darf nicht wahr sein, ey. Ja, die Minigun, toll. Kevin, ich hasse dich. Sag mal, jetzt erst mal essen. Äh, ich krieg meistens nicht mehr mit, von wo ich abgeknallt werde. Ist doch scheiße. Hm. Hab ich dich? Ja! Headshot! Bam! Dein Penis ist unglaublich klein. Ah, Alex. Aber hey, ich bin vor dir. Ja, weil der Alex mich immer killt. Und Kevin. Ja, hallo schon, ne? Ja, aber volle Kanne, ey. Okay. Hm. So, was haben wir hier? Ich hab mir dort die Map-Namen aufgeschrieben. Wo hab ich den Zettel? Okay, der Zettel ist weg. Ähm. Na, wenn die Map auf dem Server auch mit drauf ist. Weiß nicht, was sehen die Crime City ja dann? Okay, Kevin. Okay, Kevin. Das heißt, fresse fast. Hm. Eindeutig. Oh. Hm? Malzeit. Ja, gleichfalls. Habe ich doch gar nicht. Wieso? Hm. Ach Gott. Das sieht schon wieder nach Spaß aus, ey. Die ist nicht so groß. Ja, ja. Eben. Eben drum. Waiting for other players. Leute, ihr müsst joinen. Ah, da geht's. Ah, okay. Hä? Okay, ich hab gleich mal Kevin gehetshuttet. Ich wurde gleich mal von dem anderen. Ha! Killed Alex. Nein! Ja, das war klar, dass du wieder kommst, ey. Uah. Und ich kann schon wieder... Uff, wie geil. Nein! Uah! Alex. Uah, das mein ich, ey. Alex ist scheiße gut. Ich hab Hello gekilltet. Gekilltet. Ah! Ja! Alex! Der hat die Bio-Rüffel genau. Ah, nein! Ach, das ist doch scheiße, Mann. Haha. Der Aufzug fährt einfach ohne mich. Mhm. Fuck. Fuck, Kevin. Und Bock. Oh, Mann, ey. Ach, das war so klar. Ja. Ich kenn aber den Spawnpunkt. Ich kenn aber den Spawnpunkt. Und rat mal, wo ich gleich hingehe. Ja, verrat's mir. Der Spawnpunkt. Ja. Der hat Spawnpunkt. Der hat Spawnpunkt. Ja. Ja, ist doch. Ja. Ich hör' geballert. Ich hör' geballert. Ich nicht. Ist das vielleicht schlecht. Ach, verdammt, Hello. Mann, ey. Tod. Hab' Hello für dich gekillt. Ja, Timo will ich selber machen. Na, essen. Wo ist er auch alle wieder? Ach ja, wahrscheinlich. Alter. Hä? Oh. Nee, da kommste, kommste raus, wirst du abgeknallt. Ätzend. Fuck, Alex. Danke, Headshot. Scheiße, Alex läuft mit seiner fucking Risse rum. Ja. Dämlicher. Der kann gar nix, Mann. Der kann gar nix. Kann er auch nicht. Da ist schon wieder... Nein! Aber, hey, ich bin vor dir! Äääääää! Dämlicher Alex, ey. Mhm. Weil ich denn mal immer vor die Flinte laufen muss. Dolly. Nimm mal die. Environment? mir aus. Von mir aus. Aber die Geste ist cool, die ihr macht. Irgendwann ist mein kompletter Speicher voll mit Maps von Unreal. Das befürchte ich leider auch. Ja. So, noch zwei weitere Bisschen, dann bin ich fertig und dann kann es losgehen. So, aber mir macht es eine Menge Spaß. Ja, wir spielen ziemlich viel Unreal. Aber es ist lustig. Bisher ja erst gestern und heute. Ja, über drei Stunden kommt schon was zusammen. Hier geht es schon ab. Ja, ich bin schon gekillt worden. Alter, ich treffe, ich schieße dich fünfmal ab und nix. Das ist ein Witz. Danke. Nein. Och, Mann, ey. Wieso kann man hier auch so hoch springen, ey? Ist doch scheiße. Was nimmst du auch so kleine Maps, Mann? Ich habe die ausgesucht. Was nimmst du auch so kleine Maps, Mann? Da stand one on one. Ja. Multikill. Gott, bin ich gut. Nein. Ich spawn direkt neben so einer Tussi, ey. Ey, ich habe Hello gekillt, Mann. Ah, verdammt. Und Alex killt mich schon wieder. Ey, was hier abgeht, das ist unglaublich, Mann. Ach, Alex. Nein. Ey, ich spawne, vor mir läuft einer, boom. Ha, Headshot. Ja, Double kill. Der spawnt, ich kill ihn, der spawnt wieder, ich kill ihn wieder. Genau der Bitsch gekillt. Ach, nee, aber Alex. Und Kevin. Okay. Ah. Hä? Ach, ein Alex killt mich wieder, das war so klar. Ach, jetzt wollte ich gerade den Heiligen killen. Ich habe... Ach. Ich blick dir nicht mehr durch. Ich kill jemanden, der killt mich. Ich kill jemanden, ich werde gekillt. Nein. Oh. Nur, nur weil du... Alter, was für kurze Runden sind das? Alex, ich hasse dich, mal ganz ehrlich. Ach, so 30 Fracks und dann ist Ende. Hm. Ah, okay. Hm. Alex voted auch dafür. Für was? Für Heartless? Hm. Dann wählen wir doch mal Heartless. Das ist aber wieder eine Eins gegen Eins. Das weißt du. Ja, die haben wahrscheinlich nur so dämliche Maps drin. Ach, ach, ach. Können wir nicht mal eine große spielen, wo ich mich verschanzen kann? Schön snipern? Hm. Wenn du weißt, welche Karte groß ist? Ja. Ja, nee, eben nicht. Das sind ja alles neue Maps. Hm. Hm. Die ist aber ein bisschen größer hier. Ja, und ich werde gleich gekillt. Haha. Super. Ja, ich auch. Klasse. Ha, Double kill. Wo ist der? Der dritte. Da ist noch einer. Komm schon. Ja, verdammt. Alex schon wieder.